Unsere Baustelle wächst und wächst. Ihr kriegt jetzt ein neues Update. Ihr seht, hinter mir wird fleißig gearbeitet. Unser Räderlager wächst und wächst. Letzte Woche wurden die Fertigbauteile in die Höhe gebaut, sodass wir eine Vorstellung davon haben, wie hoch das Gebäude wird. Wir sind jetzt auf der unteren Ebene, also im Keller. Auf der ersten Ebene kommt dann zweistöckig das Räderhotel drauf. Sehr fleißig, sehr viel los, sehr viel Bewegung. Wir müssen immer wieder schauen, dass wir drumherum unseren normalen Betrieb erhalten können. Das ist natürlich sozusagen eine Operation am offenen Herz. Aber es klappt wunderbar, weil wir auch ganz tolle Bauunternehmer haben, die da sehr viel Absprache zulassen und auch auf unsere Bedürfnisse eingehen. Alles regionale Unternehmen, was uns auch sehr wichtig war. Und deshalb sind wir guter Dinge, dass wir im Zeitplan das alles schaffen und ihr Stück für Stück bei jedem Drehtag ein neues Update bekommt und dann auch wirklich seht, was hier bei uns im Autozentrum Walter mit unserem großen Bauprojekt passiert. Wenn ihr Fragen dazu habt, dann ab in die Kommentare. Mit einem Daumen hoch gefällt euch das Video und mit einem Abo verpasst ihr nichts rund um unser Autozentrum, was hier entsteht, was hier passiert, was bei unseren Marken alles passiert. Deshalb dabei bleiben und bis bald. Ciao! Bis zum nächsten Mal.